Bist du bereit, in wahre Schreckensteine zu werfen? Der legendäre Kampf. Das bringen wir richtig zurück. Ketchup in unseren Schuh. Gibt es Krieg? Nur Haffe. Mach zu fertig. Schreckenstein gegen Rosenfels. Ab vom Mittelpunkt ins Trinkwasser. Diese Schweine. Der Spaß beginnt. Burg Schreckenstein. Nur im Kino. Du kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern ein Internat. Es ist eine Burg. Ganz alt. Richtig abenteuerlich. Es ist Burg Schreckenstein.